Ok, Stunt-Loopings über die Stadt bei Nacht. Mit neuen Autos mal bei Chris und Moe. Ja, dem RI-7B. Get ripped. Ok, ich hätt jetzt mal schnell stark, bitte, danke. Warum nicht, warum nicht? Du musst den, äh... Ja, ich weiß, ist fein. Ok, ok, schreib mich nicht gleich so an. Obwohl, drück ich beide eins oder kurz nach der eins? Kurz nach der eins, oder? Äh, du musst den ganz schnell hintereinander drücken immer. Nee, hä? Doch, ich mach das immer ganz schnell hintereinander. Ja, also so hab ich das noch nie geschafft. Ich hab's immer geschafft, wenn ich so kurz vor der letzten Sekunde gedrückt hab. Echt? Ja. Ich drück den immer ganz schnell hintereinander. Das passiert meistens. Ok. Mein Gott, was für Nübs hier im Rennen sind. Papa. Krapf. Ok, Chapman darf nicht Erster werden. Mein Gott. Du darfst Erster werden. Ich will locker wieder Flashs, oder? Kommt erst später, dass du jemanden Flashs machen kannst, ne? Mhm. Zerstell mal bitte Onkel Chapman. Ein Erster. Ne. Ganz knapp, Krabbe. Nee, bist du gar nicht. Nicht Erster. Jetzt bin ich hier Zweiter. Erster. Oh. Ah, der kriegt doch lecker Flash raus. Krieg ihm Feuer raus. Fairplay setzt sich nicht durch. Das haben wir gelernt. Das haben wir echt gelernt, ja. War sehr knapp, wie ich gerade nicht rausgeflogen bin. Den muss man... Alter! Da steht er mir am Ende von dem Looping noch im Weg. Dieser Ghost-Arsch. Dieser Ghost-Arsch. Hm. So ein Ghost-Arsch. Sind doch alles Call of Duty-Spieler hier. No Ghost. No Ghost. No Ghost. In jeden Fall. No Ghost is in the air. Let go. Wir krachen gleich zusammen. Wegen diesem Abstand, den wir haben, krachen wir gleich alle zusammen. Pass auf. Das sehe ich nicht. Oh putzack. Oh mein Gott. Ich hab gedacht, wir knallen locker zusammen. Nee, 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 nee. So leicht wird das mir nichts. Aber der Erste ist gut dabei, Erster zu bleiben. Er fährt halt sauber. Er fährt halt sauber. Er fährt halt sauber. Er fährt halt sauber. Aber ist das der... Aber jetzt... Dieser Anklick-Chapel, ist das der Gute? Nee. Okay. Der Gute ist hier weniger irgendwas gewesen. Mit dem Level 900. Ja super. Aber wir sind heute alle hinter euch, ne? Ja, Leute, nur, dass ihr bescheid wisst. Wir haben hier einen drin, der ist irgendwie Level 941. Und das ist echt richtig krass. Ja. Und was machst du denn da? Ich? Ja, weiß ich auch nicht. Wird weggerammt. Ich bin der Einzige, der hier gemobbt wird. Chillig. Is es nicht gut. Äh... LOL, ich hab den gebackflippt, haha! Nice! Als ob ich den gebackflippt hab! Stöß die alle runter, Mystery. Wird Erster. Oh! Danke, du hast mir den Weg bereit, für den dritten. Na du. Ahhh... Also go mit deinem Trick da, ne? Wollte was machen, aber ich... Ich glaub ich bin nicht verscheitert, ich wollte mal wieder zuviel Deswegen mach ich den nie Ich war eben gerade auf 5. und bin jetzt wieder auf dem 2. Platz Was ich mir das jetzt verspielt hab? Ich verstehs gar nicht Aber die Verlockung war so groß, es ist einfach zu wagen Verlockung war so groß Es ist wie beim Poker Voll dumm, ich war erster, ich hätte es einfach safe behalten sollen Ja, es ist wie beim Poker, wenn man zuviel will, dann verliert man Ja, das war grad echt, ja, schade Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Ah shit Was passiert? Ich wollte einen wegrahmen mit einem Looping und hab mich gedreht Okay, okay Und am 2. aufm 4. Kann den nicht wohl los gehts auch Alles klar Du musst eh erster werden, ich hab auf dich gewettet Ja, ich bin nicht vertret Bist du sechster? Ja Krass Okay, ich seh die ersten wenigstens noch, die sind nicht so gut Aber dieser 900er Typ, der reißt sicherlich gar nichts, ne Der ist ja nicht mal bei den ersten drei dabei Ja, ich hab gedacht, der macht jetzt so voll die krasse Sachen Ja, vor allen Dingen, der hat eigentlich auch voll viel gewonnen Du müsstest uns auf den ersten Platz, ich muss Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße Oh scheiße, tschüss, tschüss Das war nicht gut Das war nicht gut So, ich seh's, ich seh's, tschüss Das war nicht gut Aber jetzt bin ich vor dem Looping gespawnt, das ist geil Ich hab wieder auf gut Plätze gelauft Ich hätt jetzt auf den ersten kommen Du musst auf den ersten kommen Du bist wie der erste ist dein Platz Vor allem sind die da einfach alle Da Ja, dieses Rennen ist mal ein bisschen was anderes, ne Sonst ist immer der erste Platz relativ alleine, aber Das sind die da alle zusammen Wenn wir jetzt einen Fehler machen, sich irgendwie ein bisschen ramben oder so Kann ich das sogar schaffen, ne Oder jetzt ein bisschen Wind schaffen, bekam Ah, gut, dass das ramben wird Ach shit Hab ich gedacht, dass das da schon vorbei ist Jaaa Aber war schön, war schön, war ein bisschen abwechslungsfrei Ich weiß nicht, so offensichtlich bis zum Ende Die Alpa-Hoden hol ich mir jetzt noch Ich hätte gerne, wäre er gerne ein Astergefliegen Ich wäre gerne ein Astergefliegen Was macht der Typ da? Oh, 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 ich werd nach 5 da Bitch Jetzt gehts weiter, 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 weiter Mit Motorrädern Mit Motorrädern Rennen, Rennen, Rennen Staaaaaaaaannn Rennen Chris Lieblingswort mit Motorrädern, ne Ja, nachbrennen Da bin ich noch nie runtergeflogen, oder so So ganz am Anfang Wee, Willy, didedee Hey, gut, Arti Willy von den Simpsons, vollkommst du nicht Ja Hast du schon die neue Synchrostimme von Homer gemacht? Nee Okay Ist voll ungewohnt Und richtig komisch, dass jetzt Homer von einer anderen Person gesprochen wird Was ist mit der alten Synchrostimme? Rot Achso Hast du nicht los? Ja, wahrscheinlich fällt ich da wieder runter Wahrscheinlich Okay Warum? Er hat einfach wieder runtergekickt worden Kannst du mir erklären, warum? Ich runtergekickt wurde Ja, aber warum müsst ihr sowas mit dem machen? Ja, das lässt sich nicht lange mitmachen, Kollege Was ändere ich jetzt? Mach des Oh, die Gegner lecken sich hier wieder schön durch die Map, ist das geil, Alter Kannst du die Kante, kanntest du nicht Norbert Castell? Nö Das war der Synchrospräch von Homer, der ist gestern Okay Ist voll gut, der war cool Er hat auf jeden Fall eine coole Stimme Ja, ne Und ich bin erster gewesen Würdest du das machen, wenn du mal so ein Angebot bekommst? Synchronsprecher, klar Bin ich doch schon dabei, aber Die Animation da dauert halt lange Ich bin in so einer Synchronsprechergruppe Echt? Ja Von? Ähm, kennst du nicht Also nichts Großes so? Nee, 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 nee So eine kleine Okay Mit Motorrädern lohnt sich das gar nicht, an den Wänden lang zu fahren Also guck mal, ob man sich dafür hinbewerben kann, dass er so einfach so kurz erst einspricht und dann, dass man da vielleicht genommen wird für irgendwas Würde ich voll cool finden Ja, das wär geil, ja mit deiner Stimme auf jeden Fall Ja, ne, ich hätte schon die Chancen irgendwie für irgendeine, also auf jeden Fall Ja Ich hätte nur Chancen für so Figuren wie Spongebob Ich bin erster und die anderen sind nicht mehr zu sehen, das gefällt mir sehr gut Oh, ich hab nicht auf dich gewertet, ey, Mami, ey Das gibt's nur beim Nachbrennen Für mich muss eigentlich bei den Hälften muss ich immer auf dich werten Also ich hab Überschlag gemacht, bei in der Luft, der ist ein Typ Oh, ich werd gleich überholt, ich werd gleich überholt Und tschüss Hat nicht lange gedauert, das Erster sein Und danach ist gar nicht so betont, glaube ich, genau, das ist immer die Sache Wenn du dich drüber freust, betonst dann fliegst du Ja Fliegst du raus, ey, bin ich wieder erster Echt? Ja Bei dem Riesensprung ganz am Anfang hab ich sie überholt Ah, jetzt hat er mich wieder überholt Man, ich wollt auch mal wieder Leute sehen und überholen Es sind gar keine Leute mehr unter uns Also ich seh, dass drei Stück sind hinter mir Oder mindestens drei Stück Okay Aber vorne seh ich grad, ne, ganz in der Ferne halt auf dem Leck halt die Leute Ihr seid grad alle neben mir, ich spring grad durch den Kreis, ne? Ähm, ja Und ich bin grad nebend dran Ne, der erste Platz ist nicht mehr einholbar Wenn ihr keinen Fehler mehr macht Rammt euch mal gegenseitig oder sowas Ja, ich sag doch grad, der ist nicht mehr einholbar Rammt euch mal gegenseitig Den Rest, den Rest, den Rest zieh ich gar nicht Oh, vielleicht doch noch einholbar? Ja, eingeholt Ach ne Soll ich wieder voll für mich alleine Aber der rammt mich zum Glück nicht Zumindest noch nicht Aber in diesem Tunnel werde ich erst langsam, da würde er mich bestimmt wieder erholen Oh, der hat mich überholt So gut Wenn ich nicht noch mehr überholt werde Kennst du, das macht hier einen großen, einen großen Unterschied, welches Motorrad im Moment? Na, entweder Akuma oder dieses Rennrad nehmen Mhm Ja, ne Motorräder kann ich dich empfehlen Wie habe ich jetzt jemand überholt in diesem Moment? Oh, ich bin erster Ich bin erster Halleluja Der erste hat voll verkackt gerade Ja? Ja, aber richtig Der ist richtig zur Seite geflogen gerade beim Sprung Oh, ok Ich könnte es schaffen, aber der ist wieder krass am Einholen Krass Ah, ist am Einholen der Lüge Er hat das wieder geöffnet Ah, wieder los Ne? Noch nicht Ich muss mir nur seinen Windschatten schnappen Ne Auf der Zielgeraden ist er nochmal an mir vorbeigedüst Ah, sind wir wieder Bei einer ganz, bei einer ganz politischen Runde in Rinewood Ja Ich habe meine Schneeketten schon mal angelegt, weil es sehr nach Schnee aussieht Ich bin nervös? Ja, total Ist das nicht die Wolken am Himmel? Ne, ich meine, man kann... Ach, hast echt die Kette an? Ja Das meinte ich Also echt Ja, ja Windschatten for the law Oh Gott Das ist viel, viel zu schnell mit dem Windschatten Windschatten for days Den überhole ich doch mal Na warte, Moment Aber das Ding ist, ich bekomme Windschatten von dem Typ hinter dir Ja, dann überhole den erstmal und dann überhole mich Ja, mache ich so, habe ich So, jetzt bin ich hinter dir Ok Hey, keine Angst Dann klingt das so Du verwirrend Oh, oh, oh Ja, nicht überstehen und ausschießen, mein Freund Ist wie beim Einkaufen Oh, oh nein Du fucking Bitch Ich aber auch, ich aber auch Ja, ich habe es gesehen, du bist trotzdem Weißt du, verstehst du das? Ob wir beide zusammen runtergefallen sind Ja, ja Wer anderen in eine Grube gräbt, fährt selbst hinein Ich wollte ja gar nicht, ich wollte ja einfach nur dich überholen, aber dann bist du so eng die Kurve gefahren Na ja, jetzt wolltest du mich auch nur überholen, ja? Du kleine, miese Kräuter Das fand ich grad so fresh von dir, dass du da vorbei bist, das Ding Nein Aber das erste war echt, ich wollte ich einfach nur überholen, nicht wegkommen Naja Ich hab nur überholen Ich hab nur überholen Ich hab nur überholen, einfach nur überholen, Alter Ich hab nur überholen Das war ein Idiot Echt? Dann immer noch dritter Cool Aber wir sind ein bisschen schwer an mich zu jagen Nicht ganz ehrlich gestohlen, ey Warum sollte das schwer werden? Du bist ein leichtes Opfer Opferino bist du Richtiges Opfer bin ich, ne? Richtiges Opfer bist du einfach, ey Opfer Du knischt, Alter Ich hab nur eine Runde, ich hab keine Lust, dies nochmal zu machen So das Gefühl, ich hoffe, das dann nehme ich nicht mehr Wenn ich erster bin, hab ich das Gefühl, ich verfliegen und irgendeine Scheiße bauen. Immer wenn ich erster bin. Mach mal bitte. Okay, warte hier. Oh, oh shit. Oh Gott. Really? Ist das echt nur eine Runde hier? Ich hoffe. Ich hoffe es nicht. Ich will dich doch jagen. Aber es sieht da gut aus und ich glaube nicht, dass wir da zum Anfang noch mal hinkommen. Weil wir die ganze Zeit immer weiter wegfahren und immer runter und so. Ich bin zweiter. Oh shit. Gefällt mir das nicht so gut. Halt dir deinen Kopf fest, sonst reiß ich ihn dir von den Schultern. Ist der immer aggressiv? Nein, gar nicht. Okay. Jetzt kommst du da auf. Dann ist es gut. Du bist aber schön weit weg. Ich hab dich zumindest gerade nicht gesehen. Ich schulde dich aber noch ein. Ich würde vielleicht irgendeine große Scheiße bauen und dann ist das gar nicht so unruhlich. Oh, jetzt sehe ich dich. Okay, jetzt habe ich einen. Ich bin weg. Ich jöge dich. Oh, da ist das Ziel. Nein, 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 nein. So leicht ist es nicht. Von dir, ich habe eine Chopper und überhole dich trotzdem gleich. Oh, du kommst mir gleich entgegen. Habe ich denn gehen können? Nein. Ah, okay, seid. Okay. Alter, du bist ja schon richtig nah. Ja. Warum holst du so auf? Ja, weil ich gut fahre. Ich fahre auch gut. Ja. Aber nicht gut genug. Mann. Ich sehe dich. Ich habe dich im Visier. Ja, Ziel. Ja. Nein, nein. Doch, boah. Tschüss, Chriss. Tschüss. Kleine Miese. Tschüss. Ja, erster Leute. Du kleine, miese Banane, ey. Woo. Direkt das zweite Mal in dieser Auflage. Das ist wahrscheinlich für euch schon in der nächsten Folge. Aber ja. Das hätte ich noch überholen müssen, eigentlich. Eigentlich war es mir gar nicht gut, wie es passiert ist. Nee, eigentlich nicht. Ich habe tausend auf Müsse gewittert, aber ich habe auch noch auf andere gewittert. Das heißt, eventuell habe ich eher verwischt, oder? Das weiß man nicht. Oh, was geht hier wohl, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei waren.